Von 5 holt, glaub ich. Und dann ist wieder beendet. Dann nochmal 2 Runden selber. Ja, das kann doch nicht sein. Pass auf hinter dir. Wir sind so ein Jahrzehnt rausgeschossen und haben mich einmal getroffen. Alter, wie ist dieser Anerkombein? Alter, nur weil ich wechseln musste, hat mich Kevin erledigt. Der Mopsi wurde wiederbelebt. Der Mopsi wurde wiederbelebt. Was soll denn das? Keine Ahnung wie das geht? Sie wurde wiederbelebt, steht dran. Ich schiebe halt. Alter, ich sehe Taisha auf der Karte nicht. Ich sehe niemanden also. Ich bin noch bei Tor. Kevin stirbt gleich. Ich bin doch schon tot. Ich bin doch schon tot. Nur noch Taisha. Oh oh, Taisha, pass auf. Ja, ich kann nicht mal schießen, Alter. Nein, mit Kevin lege ich mich nicht mit der Pistole an. Nein, Schatz, der hat nichts mehr. Der ist fast tot. Wenn ich das jetzt mache, dann sterbe ich. Du brauchst ihn wirklich nur noch einmal treffen, dann ist er tot. Fast hat mich Taisha abgeschossen, danke. Sorry. Ist Kevin tot, ne? Nein. Wie gesagt, du musst ihn nur noch einmal treffen oder so. Rechts mit dir. Hinter dir. Ich glaube, sie wurde schon wieder wiederbelebt. Hä? Ja, sie ist gleich wieder gespawnt, aber dann war die Runde vorbei. Ja, Kevin, gib mir einen Schuss und ich bin tot. Schatz, ich kann dir sagen, wo sie sind. Ich sehe sie. Der Kevin steht direkt hinter dem Gebäude. Nein, das ist Taisha. Nein. Das ist auch gemein, was du gerade gemacht hast, Anna. Ja. Du weißt schon, dass wir dich hören. Ja, Taisha ist an mir schon vorbeigelaufen. Ich habe ja auf sie am Anfang schon geschossen. Ah, LOL. Headshot. Super, Taisha. Du warst der Interessante erstmal. So, Kevin wurde auch wiederbelebt? Wollt ihr mich alle verarschen? Warum werdet ihr alle wiederbelebt? Nur ich nicht. Aha. Sehe ich auch nicht. Ja, Kevin. Alter, das kann nicht sein. Bist du auch wiederbelebt jetzt? Nee. Jetzt komm hinten raus, Taisha. Oder vorne. Was für eine Waffe hast du? Heißer. Du hast eine normale Pistole oder was? Ich? Ja. Irgendwas Großes. Ah, okay. Na dann auch die AK, das sind diese Standardwaffen wahrscheinlich die jeder hat. Aber ist gut, dass sie bei uns wenigstens die höheren Waffen alle rausgenommen haben. Na dann müssen wir jetzt dann wahrscheinlich auch auf freies Spiel. Ja. 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 Ja.